Der folgende Beitrag ist ein Gastbeitrag bei Hallo Meinung. Wir bitten Sie, unsere Arbeit zu unterstützen. Näheres dazu erfahren Sie im Begleittext. Vielen Dank! Deutschland und sein Heute Kann man den heutigen gesellschaftlichen und politischen Zustand in Deutschland als normal bezeichnen? Ein Gastbeitrag von Helmut Krizal Es ist noch nicht lange her, da hat der jetzige Bundespräsident, Herr Frank-Walter Steinmeier, in einem Vortrag gerichtet an die deutsche Bevölkerung den Satz ausgesprochen, wir leben heute im besten Deutschland aller Zeiten. Diese Worte fanden Beachtung und zwar bei zwei politischen Richtungen. Einmal war es eine positive Bewertung und in dem anderen Fall eine negative Bewertung. Die positive Bewertung war bei den Bürgern vorhanden, die politisch links bis ganz links von der Mitte aus gesehen stehen. Das betraf die politischen Farben Dunkelrot, Rot, Grün, Gelb und Teile aus dem schwarzen Bereich. Die Menschen, die diese Aussage des Bundespräsidenten jedoch negativ beurteilten, gehörten wiederum zumeist nach rechts von der politischen Mitte ausgehend. Und ein Teil dieser Bürger sagt in der Regel Ja zur politischen Farbe Blau. Jedoch kamen auch einzelne Stimmen aus dem Bereich der politischen Farbe Schwarz. Zusammengefasst kann man sagen, es ist mehr oder weniger der Bereich, der sich zur bürgerlich-konservativen Bevölkerung zählt. Woher kommt dies nun? Nun, weil die Realitäten und Wirklichkeiten in Deutschland unterschiedlich gesehen und beurteilt werden. Und weil das so ist, beurteilt ein Teil der deutschen Bevölkerung, und es ist wohl der kleinere Teil der Bevölkerung, den jetzigen Zustand in Deutschland als normal. Aber der andere Teil der Bevölkerung, und dies dürfte der größere Teil sein, sagt hierzu Nein und ist der Auffassung, dass dies nicht normal sei. Und aus dieser Gruppe werden oft nachfolgende Äußerungen ausgesprochen. Deutschland ist verrückt. Deutschland ist wahnsinnig. Deutschland ist nicht normal. Deutschland geht einen Sonderweg. Deutschland dreht durch. Deutschland verblödet. Deutschland ist isoliert. Deutschland steht am Abgrund. Deutschland rast mit Geschwindigkeit auf eine Wand zu. Deutschland will die Welt retten und vergisst die deutsche Bevölkerung. Deutschland schafft sich ab. Und so weiter und so weiter. Und nun behaupte ich, und dabei ecke ich vielleicht auch mit meiner Behauptung an, die Zustände und die Ereignisse, welche sich im heutigen Deutschland ereignen, sind eigentlich für das heutige Deutschland ganz normal. Und nun meine Begründung. Es war im Jahr 1986, am 7. Oktober, als der große Mann der CSU, Franz Josef Strauß, auf einem Parteitag der CDU mit dem Titel Weiter so Deutschland für eine gute Zukunft vor den Mitgliedern und Helmut Kohl eine Rede hielt. Sinngemäß nannte er in seinem Vortrag Deutschland ein Schiff. Ein langsamfahrendes, aber stabiles Schiff, das seine Bevölkerung sicher durch die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stürme in dieser Welt bringt. Warum? Weil vernünftige, bürgerliche, konservative, weise Politiker dieses Schiff steuern und der Kapitän aus dieser Politikergruppe Kenntnis über das Weltgeschehen hat und dem entsprechende Verantwortung übernimmt. Jedoch würde sich diese Sicherheit sofort ändern, wenn die politische Farbe Schwarz es zulassen würde, dass dieses Schiff einmal von einer grün-roten Ideologie gesteuert würde. Wenn die Matrosen, der Steuermann und der Kapitän dem grün-rot-schwärmerischen sozialistischen Bereich zuzurechnen sind und diese den Kurs des Schiffes bestimmen. Er gab diesem von ihm beschriebenen Schiff den Namen buntes Narrenschiff Utopia und meinte damit Deutschland unter einer grün-roten politischen Führung. Seine Rede hierzu kann auf YouTube unter Franz Josef Strauß Narrenschiff Utopia angehört werden. Ohne Widerstand zu leisten hat die Partei CDU es zugelassen, dass ihre langjährige Vorsitzende und Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel die konservativ-bürgerliche CDU in das sozialistische, grün-rote Lager führte und sich dort der grünen Ideologie unterordnete. Erstaunlich war auch die Tatsache, dass der CSU das Mitgehen in den sozialistischen Bereich wichtiger war als ihre Treue zum konservativ-bürgerlichen Wähler. Aus dem sicheren Kreuzfahrtschiff Deutschland wurde ein buntes Narrenschiff und heute ist auf diesem Schiff der Steuermann grün und der Kapitän rot sowie die Matrosen grün-rot. Erstaunlich ist es aber auch, dass sich im Beiboot zu diesem Narrenschiff die politische Farbe Schwarz CDU-CSU bequem gemacht hat und geduldig darauf wartet, eine der politischen Farben abzulösen, um dann mit der anderen politischen Farbe das Narrenschiff Utopia weiterzusteuern, ohne den Kurs wechseln zu müssen. Die Vorhersage von Franz Josef Strauß hat sich bewahrheitet und aus Deutschland ist nun symbolisch gesehen ein Narrenschiff geworden. Und ein Narrenschiff hat mit Verrücktheit zu tun. Ein Narrenschiff ist unter dem Strich ein verrücktes Schiff. Und weil Deutschland verrückt geworden ist, ist das, was das heutige Sein von Deutschland betrifft, eigentlich ganz normal. Es ist nun einmal für das heutige politische und gesellschaftliche Deutschland normal, für die Schulden anderer Länder aufzukommen. Es ist normal, dass in Deutschland die Menschen am längsten arbeiten, und am wenigsten Rente bekommen. Weiter ist es für ein solches Deutschland normal, die billigste Energie, die Kernkraft, aufzugeben, um dann vom Ausland teurerer Energie einzukaufen. Es ist weiter normal, die besten Autos in dieser Welt abzuschaffen, um das Klima zu retten. Es ist normal, die Grenzen nicht zu sichern und den Millionen von Zuwanderern die Gelder aus dem Sozialsystem zur Verfügung zu stellen. Es ist normal, wenn biologische Männer auch Frauen und biologische Frauen auch Männer sein können, und man das Geschlecht jedes Jahr durch Wortverkündung wechseln kann. Es ist normal, anderen Staaten Entwicklungshilfe zu geben, auch wenn diese Länder inzwischen wirtschaftlich stark sind und manchmal bereits stärker sind als das eigene Land. Es ist normal geworden, von Deutschland aus Kriegsmaterial in Kriegsgebiete zu liefern und zudem noch Hunderte von Millionen Euro dort in ein Fass ohne Boden zu stecken. Es ist normal, in Deutschland keine Wölfe abzuschießen, aber jedes Jahr 100.000 Abtreibungen von gezeugten Kindern auf Kosten der Krankenkasse durchzuführen und dann zu beklagen, Deutschland habe keine Nachkommen. Es ist normal, dem Klimawandel viele Opfer zu bringen, aber die Kraft der Sonne auszuklammern und dies nicht anzusprechen. Es ist normal, der Ruf des Moesins in der Öffentlichkeit zu hören, dass Glockengeläute jedoch abschaffen zu wollen. Es ist normal, in Deutschland geworden, auf die Straße zu gehen, um Israel-Fahnen zu verbrennen und dem Volk Israel den Tod zu wünschen. Es ist normal in Deutschland, dass täglich im Durchschnitt zwei Gruppenvergewaltigungen stattfinden und Messerangriffe zugenommen haben und Vergewaltigungen durch Einzeltäter in der Öffentlichkeit nicht mehr wirklich genannt werden. Es ist normal, dass in dem heutigen Deutschland auch Frauen mit Gesichtsbedeckung in der Öffentlichkeit zu sehen sind und man vergessen hat, was es gekostet hat, Verfolgung, Gefängnis und Blut, dass Frauen sich in Deutschland frei bewegen und sich entscheiden können, welchen Beruf sie erlernen, dass sie entscheiden, zu welchem Mann sie Ja sagen und wie viele Kinder sie zur Welt bringen möchten und so weiter und so fort. Und nun stelle ich an Sie oder an Dich die Frage, wer hat nun Recht? Bundespräsident Herr Frank-Walter Steinmeier, das beste Deutschland aller Zeiten oder der ehemalige CSU-Politiker Franz Josef Strauß mit dem Hinweis auf das Narrenschiff Utopia. Jeder möge seine Antwort selbst darauf geben. Als heutiger, weißer, alter, weiser Mann, ich wurde drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren, kann ich sagen, in der alten Bundesrepublik Deutschland war nicht alles Gold, was glänzte, aber man hätte damals die heutigen genannten Zustände in Deutschland als nicht normal bezeichnet und die Bevölkerung hätte so schnell wie möglich politische Veränderungen herbeigeführt. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Bankverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Vielen Dank!